So, da sind wir wieder zu Let's Play Resident Evil mit Bossfight gegen Nemesis. Und weg. Nee, nee, nicht gegen Nemesis schießen. Irgendat Ding da. Hm, so dumm ist er anscheinend doch nicht. So, als ich gedacht habe, Nemesis. Egal, egal, egal. Wir haben genug Heilung mit uns. Oh. So. So, wir wollen jetzt nicht hier außer... Außer... Hm. Ah! 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 Ist egal, wir haben ja genug eigentlich. nicht. Hauptsache der Wichser stirbt, denke ich. Endlich. Gibt es eine Sequenz, die schon eben kommen müssen, weil er keinen Kopf hatte? Spasti. Ja, natürlich. Jetzt fällt das raus. Grillt dann der Messers. So viel ekelhafter Biomüll. Ich meine, okay, die Zombies sind mir klar. Die sind wahrscheinlich hier irgendwie... Oh, bringt die Werke. Wo ist denn das Stören her? Oh, was sind das andere Viecher? Diese Knochen. Was war das hier? Mal in Metzgerei oder was? Umbrella. Wir liefern das Fleisch frisch. Oder was? So, jetzt haben wir nur noch zwei Bossfights bis zum Ende. Und das ist jetzt schon der dritte Part. Ich denke mal, es wird nur noch einen vierten geben. Hoffentlich. Das war's. Da ist er ja. Wird eigentlich eine Lederhose. Oh mein Gott. Nemesis ist ein Bayer. Natürlich. Ja, wieso nicht? Äh, war's das? Wohin mit hier, wie du? Weißt du, man? Ich weiß nicht, was der Kleine verfickler Branche ist. Ah, fickt euch echt. Fickt euch ins Knie. Ah, nackte Zombies. Wieso nackt? Wie so nackt? Ey, äh, was ist los? FKK oder was? Äh, wir sind tot. Da können wir doch nackt rumlaufen. Aber egal, wie die aussehen. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? So, jetzt wollen wir gleich den Granatwerfer. Nein, nicht für Nemesis. Wo ist er denn? Da. Solche Granaten. Supi. Zur Sicherheit noch ne Marken. Mit wunderschön vieler Momotionen. Zwei Medipacks, ne? Auftanken nicht vergessen. Ja, das ist alles. Unser Reiser. Ich packe meinen Koffer. Und dann nehme ich mit. So First Edge. Das war schön. Geh gleich. Mein Ohr juckt. Das ist scheiße. Ah. Ah, schön. Ich hab Ohr zu kratzen. So. Ich fände in diesem Dampfraum hier. Was ist das? Sauna? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was die Umbrella hier ausdenkt. Ach, ich bin schon fertig. Aber es ist eben unsinnlos. Sinnlos für alle. So, genau. Das wollte ich haben. Ja, jetzt wisst ihr schon, worauf ich hinaus will, ne? Ja, ja. Äh. Plastikkarte passen würde. Benutzen? Hm, natürlich nicht. Oh, ist Plastik oder nicht? Okay. Ja, das ist bestimmt hierfür gedacht. Äh. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ja. Fick, du Scheiße. Aber wieso funktioniert der Kack nicht? Ach, es erfüllt das Leben. Oh Gott, es ist so behindert. Ah, fick dich doch einfach. Fick dich scheiße. Nichts Wichtiges, wenn ich es nicht brauche. Echt jetzt? Was für eine Kacke hier. Verschwende nur meine wertvolle, kostbare Zeit. Das ist so sinnlos. Da will man was gut ist für das Spiel irgendwie halbwegs durchkriegen. Aber alles benutzen, was man hat. Und dann, nö, 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 nö. Kann ich das nicht verdämmen hier. Das geht nicht. Hm. Hass. So, wieso kann ich das nicht benutzen? Verdammter Scheiße, wieso nicht? Ich will mir eine Zange oder was denn das abzumachen. Was war eigentlich mit der Kurbel? Die brauche ich auch nicht. Ich weiß nicht. Ja, schön, dass an Karten diese Geräte sind. Ah. Ich hasse diese Fiecher. Fick die Schlüssel, halt. Das fackt mich immer noch ab. Wenn irgendjemand weiß, wieso dieser Scheiß bei mir nicht klappt, soll er bitte im Kommentar schreiben. Ja. Echt. Das ist doch so sinnlos. Das ist doch offensichtlich, dass das Ding dafür gedacht ist. Wieso will das nicht verklappen? Langsam hasse ich Capcom. Über alles. Voll die Scheiße hier. Das bringt mir eh nix. Jetzt kommt's. Du bist noch alive. Such persistente. Nikolai? Ach genau. Das ist der zweite Boss. Nee, das ist der dritte Boss. Ach scheiße, auf sei denn von Boss. Jetzt kommt's. Wieso konnte ich mich gar nicht mehr erinnern? Mit Nikolai verhandeln. Ganz bestimmt. Verhandel dich mit Terroristen. Super gemacht, Jill. Oh, das war nicht dein Ernst, Jill, oder? Nein, ich hätte ein grünes Mal zu können. Ah. Cool, das war fügt da weg, sah. Zehn Jahre später. Verstehe ich den Wort. Ich hab keinen Plan. Äh. Kannst du auf Treff stehen? Ich glaube ja. Oh, oh. Ne, ne, ne. Jetzt ist es nicht nochmal. Ich hoffe, den Witzel treffe ich gar nicht damit. Auf zu Plan B. Na toll. Na toll. Ich hoffe, das war. Jill, was ist passiert? Carlos. Nikolai hat uns auf den Koppel. Ich glaube, das ist es dann. Aber ich will nicht in einem Ort wie dieser. Das ist nicht vorbei. Ich bin nicht geblieben, Jill. Wir haben noch eine Chance. Jill, das ist alles. Wir müssen nachher herausfinden, jetzt! Ah, Wackler. Missile attack confirmed. Missile attack confirmed. Emergency level D. All personnel, evacuate. Nein! Nein, möchte ich nicht. Wie kommt der auf die, die das da runter möchte? Ist nicht so, als ob ich noch andere Wege hätte, die ich benutzen könnte. Spastis. Okay. Schnell das hier noch. Und dann heißt es, hasta la vista, zum wahrscheinlich letzten Part. So, bis dann vom Haus. Tschüss!